Alles selbst gemacht. Jeder Zinken oder jedes Rundenteil, alles selbst gemacht. Ich bin Heinz Wunderlich. Ich habe Modellbauer gelernt. Der Maßstab ist 1 zu 3. Das heißt, im Original ist der ca. 9 Meter lang. Bei mir ist der dann etwas über 3 Meter. Das waren ungefähr 3000 Stunden. Mittlerweile sind es auch wieder ein paar mehr geworden, weil man hört dann nie auf. Man fällt einem immer noch was ein. Irgendwann wird das Original auch nicht mehr da sein und dann kann man sich das ganz anders vorstellen. Das ist auch für Kinder noch begeisternd.